Grüß dich, mein Name ist Tom Oberbichler und ich veranstalte neben den Online-Schreib-Bootcamps und Online-Buchmarketing-Bootcamps auch immer wieder Online-Workshops, zum Beispiel den Metadaten-Workshop, wo es darum geht, die Keywords, Suchbegriffe und Kategorien deines Buchs, deiner Bücher zu überarbeiten und zu optimieren. Für wen ist dieser Workshop geeignet? Du musst zumindest ein Buch mehr oder weniger fertig haben, also entweder schon Veröffentlichung haben oder dabei sein, es zu veröffentlichen. Du profitierst am besten, wenn du auch schon dir die Nutzerkonten angelegt hast oder Nutzerinnenkonten angelegt hast, entweder bei Amazon, Kindle Direct Publishing, KDP, das wäre das, wo du die meisten Möglichkeiten hast, aber auch BOD, Epubli, andere Dienstleister können da genauso gut dabei sein. Also, wenn du ein Buch entweder dabei bist, zur Veröffentlichung vorzubereiten oder schon veröffentlicht hast und Lust hast, da die Grundlage deines Buchmarketings noch einmal zu optimieren, diese Chance, dir wirklich zu nutzen, dass die Maschinen, die da für dich arbeiten, die Softwarelösungen, die vor allem Amazon und andere Anbieter entwickelt haben, auch Thalia und Co., damit dein Buch den Menschen vorgeschlagen wird, für die du das geschrieben hast und somit dann auch, dass die Chance steigt, dass es auch verkauft wird. Dann bist du hier richtig und es muss dir auch klar sein, dass du dir wirklich für diesen Nachmittag die Zeit nimmst, direkt in die Umsetzung zu gehen. Das ist kein Videokurs, von dem du irgendwann an dir vorüberplätschern lässt, wenn du gerade nichts anderes zu tun hast. Da kommst du aktiv dran. Du wirst arbeiten an diesem Nachmittag und mit konkreten Ergebnissen weggehen. mission-bestseller.com slash metadaten ist der Schlüssel zum Glück in diesem Fall und ich freue mich drauf, mit dir zu arbeiten. Bis bald. Stellst сама in dem Zeitpunkt. Die shortcutspiegel pf classe 2 1 2 3 1 3 3 8 Untertitelung des ZDF, 2020